Sie haben hier eine ziemlich märchenharte Karriere hingelegt. Vom Topmodel in Moskau bis hin zur internationalen High Society. In welcher Beziehung standen Sie zu Oleg Filenkov? Sie haben sein Hotel um 13.37 Uhr betreten. Ist Ihnen irgendetwas Verdächtiges aufgefallen? Zum Beispiel. Können Sie sich nicht einfach die Überwachungsbänder ansehen? Wurde alles gelöscht. Wir haben es mit Profis zu tun. Wie haben Sie das gemacht? Ihr nächster Auftrag ist in Paris. Es gibt kein Backup. Noch Fragen? Zimmernummer? Was ist Ihr größter Wunsch? Du kommst hier nie raus. Hi. Wie heißt du? Was ist Ihr größter Wunsch? Was ist Ihr größter Wunsch? Was ist Ihr größter Wunsch?